Oh, und damit herzlich willkommen zur dritten Kampagne von Stronghold Europe. The Conqueror's Pride, also des Eroberers Ehre. Und, ja, die dritte Kampagne von diesen Mini-Kampagnen von Stronghold Europe. Es gibt ja noch den Kreuzzugmarsch, der sich übrigens, ich hab eben reingeschaut, wieder schön zurückgesetzt hat, weil ich zwischenzeitlich hier, ähm, Stronghold Crusader HD auf Steam gestartet habe und sich daher die CFG jedes Mal überschreibt. Ich hab zwar eine Sicherheitskopie gemacht, aber trotzdem ist er missionsfortschrittlich erhalten geblieben. Schade, aber egal, spiele ich dann irgendwann nach. Sollts eine neue Version geben und wir über Mission 10 kommen können. Aber gut, wir spielen die dritte Kampagne mit Mission 1, deren Name wir noch nicht kennen. Also ihr kennt ihn wahrscheinlich schon, ihr wisst da wirklich mehr als ich, denn ihr lest es am Videotitel. Ähm, ich muss es noch rausfinden. Okay, The Conqueror's Pride. The Conqueror's Pride. Okay. Die Tage von Englands alten Ruhm sind vorbei und das Land ist nun von einem Bürgerkrieg zerrissen. Aus diesem Chaos steigt ein, steigt ein neuer Held empor. And his name! Und sein Name ist Edward, äh, 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 ich brauch's gar nicht zu versuchen, ich mach's eh falsch. Ähm, Plantage näht. Plantage näht. Bleibt, egal, warte. Edward Nudelsuppe, Sohn von Henry III. Ähm, der, äh, Schemvollbrissende, also wirklich so der beschämte Gefangene? Oder schändlicher Gefangene? Ich glaub, eher beschämte Gefangene, also wirklich beschämt, dass man gefangen ist. So, schwierig so direkt, ähm, den Sinn rauszumachen. Ähm, der Aufstieg des Prinzen. Äh, gut. Earl Simon de Montfort, Mondeux, diente dem König für viele Jahre treu. Aber mittlerweile entschied er, dass König Henry des Thrones unwürdig ist. Der Rebell sammelte seine loyalen Truppen in der Nähe von Louis, Louis, würde ich mal eher sagen, ne? Nee, von Levis, da ist so ein Levis-Shop in der Nähe gewesen. Das ist direkt neben dem Gucci-Laden. Äh, ja, äh, Nähe von Louis und entthronte den König mit seinem Schwert. Ich hoffe, das ist so sinngemäß übersetzt, also ich, ja, also, er entthronte ihn. Es kann auch sein, dass, ähm, hier, entthronte King with a sword, er bedeutet, er entthronte ihn gewaltsam. Kann man eigentlich auch machen. Seine Majestät und Prinz Edward sind nun in Gefangenschaft. Achso, deswegen schämvoll Prisoners, also wirklich so, ja, äh, schamvoll in Gefangenschaft. Okay. Und das Land ist nun in Monfortzenten. Hm. Dieser Schuft. 15 Schreikäume, 15 Ederrüstungen, 22 Bögen. Hm. Wir haben die Flucht schon lange vorbereitet. Und jetzt... Jetzt ist es an der Zeit, würde ich mal so sinngemäß übersetzen. Wir haben Waffen und Pferde erbeutet und können nun aus dem Gefängnis ausbrechen. Wir müssen nach Westen gehen und uns in der verlassenen Burg von Wigmore, Wigmore, das, da gibt's mehr Perücken, glaube ich, niederlassen. Ja, die lokalen Dorfbewohner können uns dabei helfen, eine Armee auszurüsten oder eine Armee aufzustellen, weil das würde ich eigentlich gelten lassen. Okay. Baue nur langsam eine, äh, Streitmacht, eine, eine Kraft aus Ballisten, Schwertkämpfern und, ähm, Armbusschützen auf, um deine Burg zu verteidigen. Mhm. Ähm, hier quadratische Türme und Turmballisten drauf, um zusätzlichen Schutz zu bieten, hinzuzufügen. Benutzerreligion und Bier, um die, ähm, um hier den Anstieg von Bevölkerung zu verbessern und Gold zu erheben, äh, Gold zu erhöhen. Okay. Und, also jetzt wirklich ein, ein Torhaus im Rücken der Burg zu platzieren, wird die Produktion von Stein und Eisen erhöhen, verbessern. Hm. Okay, alles klar, dann schauen wir mal. Ja, ach, okay, das sind, glaube ich, wir, oder? Ja, das sind wir, okay, wir haben die Pferde erbeutet, also sind wir jetzt hier der König und sein, sein geiler Prinz Nudelsuppe. Wunderbar. Äh, sein Prinz, sein Sohn, der Prinz Nudelsuppe, so rum. Und wir haben, okay, wir haben noch andere gefangen, ne, befreit. Baumeistern, ein Armbussschützen, Streitkornkämpfer, zwei Lanzenträger, einen Bogenschütz. Das hört sich echt an, wie so ein Wagensail, einfach nur. Okay, dann, ah, das ist die Burg wahrscheinlich, die wir uns niederlassen sollen. Oh, das sieht, das sieht irgendwie cool aus, auch mit dem Getreidefeld da. Also an sich die, die Sache mit dem, dass hier so extra Getreidefelder sind, das ist cool, gefällt. Gefällt, gefällt, gefällt. Hm. Und da werden sogar, cool, da werden sogar Getreidevorräte. Das heißt, je länger ich warte, weil das Time Until Defeat geht ja bestimmt nicht los, bis ich hier die Burg wieder eingenommen habe. Ja, weil wir so lange ja auch noch keine Zeitrechnung haben. Das heißt, je länger wir warten, desto mehr wird hier gerade Getreide und dann Mehl produziert. Da habe ich schon mal ein bisschen Vorrat. Dementsprechend können wir uns mal schön Zeit lassen, alles genau anzugucken. Da ist Stein und Eisen, alles klar. Rehe. Dicker Sumpf. Und ja gut, hier ist das Gefängnis, das ist im Ausbrechen. Oh, das ist das Dorf hier draußen. Da können wir sich jetzt streiten, wie sinnig das wieder hier draußen ist. Aber wir können es ja erstmal, obwohl, zu viele Dorfbewohner. Ich habe ja gesehen, wie schmerzlich es ins Auge gehen kann bei der ersten Kampagne, wenn wir zu lange zu viele Dorfbewohner haben. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Was wollen wir tun? Ähm. Hm. Ja, bitte. Hm. Und Marsch! Euer Gladen. Achtung! Äh, ja gut, okay, auf wen wirst du schießen? Ja gut, so kann man es auch machen. Ja gut, dann, ja, ich meine, komme ich doch gescheit durch. Nicht wirklich, ne? Und ich glaube, ich bekomme die Burg auch erst, nicht wenn ich hier einmarschiert bin, weil normalerweise funktionieren die Trigger ja so, dass erst wenn eine Gegner von der Karte sind, wir die Burg übernehmen. Hm. Das heißt, wir müssen alle besiegen. Hm, und ich sehe gerade keine großartig andere Möglichkeit, als es jetzt wirklich mit dem Ambo-Schützen zu machen. Höhö. Weil, es ist einfach zu viel im Nachkampf. Dann sind hier noch Schwertgeorg. Muss ich mich hier wirklich... Okay, ich hab... Hier ist ein Schild, das ich mir setzen kann. Ja, das ist für die Fernkämpfer. Das ist wunderschön. Aber will die Mission jetzt wirklich von... Das war ein Fehler. Knall ihn ab. Danke. Okay, ging noch. Gut, du machst mal den hier fertig. Dann gehen wir mal da hin. Versuch mal den Burgenschützen dazu erwischen. Ein bisschen Schlinge. Ja, dann schießen wir die alle ab. Wunderbar. Stell ich mir vor, wir hätten jetzt den inoffiziellen Patch drin, dass die Lanzen-Träger-Einschuss mehr aushalten. Das war alles ein bisschen gemein in die Länge ziehen. Ich bin doch ganz froh, dass er gerade spontan doch nicht so funktioniert. Aber ich glaub, ich hab's auf eine Extra-Version damals drauf gemacht. Ich hab's ja mal im Livestream... Hm? Ich hab's ja mal im Livestream drauf gemacht, den Patch. Aber ich glaub, das war... Da hab ich eine Extra-Version erstellt gehabt. Von daher passt das. Ha. 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 Das kann jetzt halt echt ein bisschen... Das ist halt schon wirklich... Okay, ja, stimmt. Wir haben ja noch einen Bogen schützen. Ja, das... Okay, das würde die Sache jetzt nicht so dermaßen beschleunigen. Aber wenigstens ein bisschen. Das ist schon eklig. Hier, hast du einen Armbruchsschützen und einen Bogenschützen. Säubere dich mal langsam durch. Oh, ne. Oh Gott, 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 oh Gott. Halt, 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 halt. Das Schild brauche ich noch. Okay. Ihr kriegt mal eine Extra-Nummer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 geht auch so. Okay, jetzt mal wirklich aufpassen. Die sind halt auch alle auf aggressiv gestellt. Das ist ziemlich uncool erwischt. Ah, ja. Hallo Schwertkämpfe. Ah, bisschen weg, bisschen weg, bisschen ranlocken. Und Gangbangen! Obwohl vielleicht... Ja, jetzt könnte man es auch schaffen mit einem Durchbruch. Jetzt könnte man es eigentlich schaffen mit einem Durchbruch. Warum ich nicht durchbreche? Na gut, jetzt den Schwertkämpfe kriegt man relativ schnell noch mit einem Armbruchschützen. Die Reste hier eigentlich auch noch ganz okay. Verdammtes Gefängnis. Könnten wir den Turm da oben nutzen? Hm. Hm. Könnte man eigentlich. Andererseits, ich stelle mich hier hin. Eure Befehle? Die Klingen sind geschärft. Schild bereit! Die Pferde sind gesattelt. Was habt ihr vor? Schild zur Stimme still. Äh, die Lebenspunkte gehen noch wunderbar. Aha. Schild bereit! Ich bin erstmal nicht drauf, weil es effektiver gewesen wäre mit dem Schild zusammen, aber auf Schild auf Türme... Äh, wisst ihr, wie ich da stehe. Auch wenn es ja eigentlich... Es ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist trotzdem so ein Red Flag einfach nur für mich. Ähm... Breit, nehmen wir es einfach mal. Lasst uns raus! So, wir haben ein bisschen Getreide, würde ich sagen. Nice. Äh. Gottes Willen. Okay, das Ganze wird schon ein bisschen befeuert. Wir haben für gut 200 Nacht. Aber jetzt alles abzureißen? Näh. Was ich aber machen würde, ist mal eben schnell die Produktion im Zug verlagern. Dass ich wirklich sage, okay, alles klar. Wir machen hier mal die Bäckereien. Wir machen die Bäckereien hier drin weg. Ja, Mann, oh Gott. Ja, alles außerhalb. Ich meine, es sieht cool aus und ist auf eine gewisse Weise auch realistisch, natürlich. Ist aber für Strungholt-Verhältnisse dermaßen ineffizient. Es gibt auch Time-Until-Last-Pattle. Oh, 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 oh. Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. Noch ein bisschen Holz, bitte. Noch ein bisschen mehr Holz, bitte. Noch ein bisschen Holz, bitte. Und noch ein bisschen Holz, bitte. Komm, deine Pfeilmacher, mach mir mal... ...weiter Sachen. Einmal Sachen, bitte. Herzlichen Dank. Ah, verdammt, die Glauben... Ah, die Ansicht ist ja gedreht. Entsprechend sind die Ochsen auch jetzt nicht wirklich super platziert, aber ich lebe damit. Kannst du das nicht dort platzieren, mein Lord. Statt können wir da, hast du ein Bögen. Hm. Aber was ist mit... ...hintenrum... ...in den Tipps hieß es... ...letters around the back of the castle. Ich meine, selbst wenn es ein Back of the castle gäbe, im Sinne von... ...da können jetzt die Leute effektiv... ...es ist hier hinten... ...zum einen ist hier hinten ja nichts. Ich wüsste jetzt nicht, wie es beschleunigt. Einzige, was ich machen könnte, ist, dass ich hier seitlichen Zugang mache. Aber das sollte eigentlich nicht funktionieren, da hier... ...ne Erhöhung ist. Hm. Der Einzige, was gehen würde, ist, dass ich da halt mit Treppen runtergehe. Aber das ist jetzt auch nicht die sinnvollste Lösung. Außerdem ist der Weg jetzt da lang oder da lang auch nicht unbedingt sehr wichtig. Da habe ich einfach die falsche Buchbüche. Das passt schon. Hm. Tatsächlich ein bisschen... ...verwirkt. Oh, quadratische Türme mit Ballisten. Also das funktioniert anscheinend, ne? Aber gut, erstmal das Gold haben und alles andere dafür, ne? Gut, ich könnte auch mal einen Marktplatz bauen. Ich habe noch gar keine. Machen wir da unten hin. So. Komm, wir kriegen genug Rot rein. Ja, geil. Ja, geil. Zu befehlen. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. So viel zum Geld. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Weil das heißt nicht sehr amused. Hier könnte man machen. Wir haben ja eh den Nacht der Bonus, ne? Wäre blöde, nein zu sagen. Wir benötigen Gold. Einen Moment, wir hatten noch gar keine Waffenkammern. Oh, Mann. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Ich versuche mal, die Häuser nicht abzureißen. Sind wir mal so nett. Ich könnte ja auch mal speichern, sonst wüssten wir, dass alles noch mal... Oh, jetzt habe ich zwei gemacht und dann... Warte mal, jetzt machen wir mal Bescheid. Wer bist du eigentlich? Kathrin Schisselberg. Geht zum Garten. Ich stehe im Garten. Okay, machen wir mal noch ein bisschen. Jäger. Können ja nicht schaden extra. Dann vielleicht hier ein Tor. Ja, sobald mal Steine reinkommen. Es sei denn, ich kaufe mir jetzt Steine. So, noch einiges mehr an Steinbruchmitarbeitern, bitte. Der Weg ist lang genug. Ah, wisst ihr noch die wunderschönen Zeiten, wo man auf Strand... In Stronghold 1, wo man jetzt auf Stränden... Getreide bauen konnte. Das war schön. Die gute alte Zeit. Die Burgbelohnen sind sehr krank, mein Lord. Ach, stimmt. Und hier war ja... Geh mal weg, ich mach das Ding hier wieder hin. Spiel dirigiert es mir ja ein bisschen. Es ist nur ein zweier Lager, das ist auch ein bisschen eklig, merke ich gerade. Hätte ich auch ein bisschen größer machen können. Hm, was spricht dagegen? Komm, machen wir mal. Zumindest einen dritten Anbau. Dafür machen wir hier hinten noch mehr. Oder hier weg, geil. Passt auch. Das können wir ausbilden. Wir könnten sogar Armbruchschützen machen. Da Nein zu sagen, wäre ja fast ein Verbrechen. Jetzt war mal Armbrüste, bitte. Dann einen, der uns Bögen macht. Hörnische. Das Timing ist echt nicht so übertragen. Eisenproduktion werde ich wahrscheinlich auch brauchen. Da komme ich nicht drauf vorbei. Aber jetzt ist es wahrscheinlich schon zu spät dafür. Wir können das nicht dort platzieren, mein Lord. Das könnte echt eklig werden. Ich habe das Gefühl, dass diese Kampagne böse wird. Ich habe auch das Gefühl, mich erinnern zu können, dass einige Leute gesagt haben, dass diese Kampagne... Ich habe noch gar keinen Hopfen, ne? Mein Kopf macht Boom. Oh, ich merke... Das könnte richtig böse ausgehen. Ich habe halt noch nicht wirklich viel. Harnische könnte ich auch nicht machen. Ich könnte da nicht mal die Armbrüste verkaufen, wenn ich es wollte. Komm, mach mal einmal zurück auf Bögen. Jetzt haben wir wenigstens noch Geld, um jetzt hier die... Das größte Problem ist, ich kriege jetzt hier keine... Ich meine, schön gut, diese Burg wird da sinngemäß aufzubauen, ne? Aber ich erkenne das Problem... Jetzt könnt ihr mal... Ich erkenne das Problem... Ich erkenne das Problem... Uhlala... Ich glaube, vielleicht müssen wir wirklich einen effizienten Weg gehen und sagen, ne? Ich meine, einen quadratischen Turm würde ich reinbekommen, wenn ich es darauf anlegen würde. Müsste halt der Bäcker hier weg. Bin zur Stelle, mein Herr. Nahrungsvorräte sind sehr knapp ernsthaft. Vielleicht problematisch. Ich hoffe, dass es nun denkt, es ist bald mit dem... Da hinten kommen sie. Ich sehe schon wieder... Als hätte ich nicht schon genug Probleme. Ganz ehrlich, die Mühle da oben, also die kann wirklich weg. Lass mich raten, die machen... Ne, die machen die Eisenminen gar nicht kaputt. Kommt doch das nächste Mal mit mir... Ne, lieber nicht. Ich hätte gar nicht mal so viel bedenken, wenn ich dieses Time on Tiltifita stehen würde. Dieses Zeit-bis-zur-Niederlage ist... Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Professionell ausgedrückt, es ist ein großes Bäh. Wir benötigen mehr Steine. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Das ist... Wir haben zu wenig Getreide, was reinkommt. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Es mögen zwar große Felder sein, aber es sind trotzdem noch zwei Arbeiter, die es abbauen. Brauchen noch locker zwei mehr. Hopfen soll auch mal starten langsam. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ist jetzt nicht die hübscheste Schenkel. Aber sie soll erstmal ins Wecker fällen. Streitkolben, Lederrüstung, Bögen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall... Ja, gut. Ne, ich brauche 52 insgesamt. Ja, das wird jetzt echt knapp, was die restliche Produktion angeht. Das heißt, keine Bögen mehr verbrauchen. Und los! Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Das heißt, der Eisen ist drin. Das heißt, wir sollten mal mit den ersten Streitkolben anfangen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Und Harnische könnten wir dann auch langsam ein bisschen püschen. Püsch! Ein kleiner Stupser, einfach nur püsch! Boah, nicht so hart... Ach, da... Oh Gott, da hinten haben wir auch einen Schmied. Boah, gut, okay. Solange wir einen Kolben bringen, irgendwann... Sehr knapp, Sire. Ernsthaft. Warum... Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Äh... Warum ist hier ein Ochsen... Okay, der kann weg. Bitte. Wer war denn so böse... Wow. Das erreicht ein neues Level an Alkoholkonsum. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Nahrung könnte echt besser aussehen. Das liegt aber hauptsächlich... Guck, die Mühle kann auch mal weg hier. Das ist die hauptsächende Getreidezufuhr. Die ist sehr ungesund gerade. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Die Pferde sind gesattelt. Kriege ich jetzt bald? Ja, wir haben Essen, die auch schon. Sehr schön. Damit möchte ich da noch weitermachen, bitte. Komm. Geh von mir aus hierher. Haben wir eine schöne Strandkneipe. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Da unten noch. Unsere Schatzkammer leert sich. Was leert sie sich dann? Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Aber schön, dass sie sich was beibringt. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ich weiß, es ist effizient, dann eine Waffenkammer platziert zu haben, aber immer noch besser ist es gar nicht. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Langsam verstehe ich, dass wir bald keine Nahrung mehr haben. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Mann. Bringt mir mehr Getreide. Dann werde ich euch nutzlose Plebs nie wieder als nutzlose Plebs bezeichnen. Ich schwöre. Das sieht jetzt nicht wirklich hübsch aus. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ich würde jetzt gerne ein Aber beifügen, aber... Ich glaube, dass es nicht verdient. Euer Gnaden? Was wünscht ihr? Anders geht es hier schwer, einen Turm reinzublatzieren in diese Burg. Wenn ich es mittelweiter vorne mache, könnte ich zwar, aber das wäre optisch noch schlimmer, weil dann wäre diese Mauer weg. Also dieser Effekt, der entsteht, wenn man eine Mauer an ein Gebirge ranbaut. Was bedeutet, es würde einfach so ein Turm sein, der plötzlich auf so einem einzelnen Gebirgsabschnitt steht. Das ist einfach total okay. Hier haben wir natürlich noch Schenkenmitarbeiter, die aus der Mauer raus wachsen. Schenkenmitarbeiter, wir schenken Säufer eher. Schenkenmitarbeiter, das ist ein Wunder. Äh, ja, 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 ja. Eisen, okay, Eisen ist doch echtes Problem. Die Holzvorräte sind zu knapp, Säufer. Hm, ich meine, ich hänge jetzt nicht so arg hinterher. Ich glaube, weniger, dass es daran scheint. Aber Time into the Last Battle und Zeit bis zur Niederlage ist doch etwa fast... Das ist ja ultra knapp. Ist das wieder so ein Ding? Oh Gott, ich kann mich erinnern, es gab ja einmal die spielgenerierte Mission, wo das ja wirklich fast eins zu eins ineinander überging. Wo wirklich... Das war aber wirklich ein Fehler, glaube ich, von der Stelle. Dass das Zeitlimit dermaßen knapp war, dass du im Grunde keine Chance hattest. Es sei denn, du hast den Gegner direkt beim Wegweiser verbrannt. Warum sagen wir die Tipps eigentlich, ich soll hier großartig mit Ballisten da rum hantieren, wenn die Gegner eh keine Baumeister haben? Ballisten werden hier wenig bringen. Mehr Harnische, bitte. Hm, na gut. Ich bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Hauptsache war Hans. Oh nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Warum wollt ihr plötzlich... Hätte ich hier eigentlich meinen Treppentrick machen können? Nicht unbedingt, oder? Aber ich könnte hier auch... Weil das gibt ja nur den einen Zugang, ne? Ich könnte natürlich gerne hier einfach zumachen und sagen, nope. Hier kommt niemand rein. Ich glaube, das wäre schon praktisch, auf diese Weise die Eisenprotektion zu beschützen. Toll. Das könnte jetzt vielleicht mal eine Niederlage einläuten. Ich hoffe, ich kriege noch die eine oder andere Lieferung. Bevor ihr Ende-Gelände-Zapfenstreich ist. Kriege ich hier? Ja, kriege ich hier. Zack, Tors und alles ist gut. Nur mal aus Interesse, würde der Treppentrick hier rein... Ich glaube nicht. Die Entwickler haben extra dran gedacht. Ja, hier gibt es nahezu keinen... Das ist mir allgemein aufgefallen bei den meisten spielergemachten Karten. Ich glaube, weil die alle den Trick kennen. Es gibt kaum... Ähm... Kaum Gebirge, das hier am Rand so dünn ist, dass du da mit der Treppe arbeiten kannst. Pfade. Ich habe so das Gefühl, dass... Ich glaube, die laufen parallel zueinander und das macht mich ein bisschen körre. Vielleicht ist es auch noch ein Anzeigefehler. Fließt, das Volk huldigt euch sein. Fließt, das Volk huldigt euch sein. Ähm... Ja, Leder, kein Problem. Streitkopf... Es könnte funktionieren. Na doch, es könnte doch klappen. Ich brauche halt bloß noch ein bisschen Eisen, bitte. Ich kann ja... Oh man. Ich weiß nicht, wieso. Also, ich... Ich ging einfach davon aus... Ja, ich... Ich meine, ich habe es doch auch gesehen, dass es kaufbar war. Aber ich weiß nicht, irgendwie im Unterbewusstsein bin ich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass man es nicht kaufen kann. Weil es einfach sinnig wäre vom Missionsdesign her. Ja gut, dann ist es eh kein Problem. Da ist das Ding eigentlich gelöst. Jetzt haben wir eh die Ressourcen dafür. Jetzt haben wir das. Jetzt kommen noch die restlichen Streitkolben rein. Da werden sogar welche schon gemacht. Dann kommen wir noch... Mache ich trotzdem noch welche. Und dann steht er, der Peter. Jetzt kann ich sogar noch zwei Ambussschützen machen. Achtung, Sire! Die Pferde sind gesattelt. Oh. Ja. Ja. Die Burg hat was. Auch wenn der Turm irgendwie total deplatziert wirkte. Eigentlich hätte ich... Eigentlich hätte ich die Waffenkammer hier machen sollen. Und den Turm da an die Ecke. Das hätte viel besser ausgeschaut. Also den Turm dahin. Und die Waffenkammer hätte hier irgendwo... Ah ne. Es gibt gar keine... Okay. Dann war... Gab es gar keine Zeit bis zur... Gut. Es gab eine Zeit bis zur letzten Schlacht. Aber da wäre eigentlich schon Defeat gewesen. Verstehe. Alles klar. Dann hätten wir die Mission geschafft. Okay. Dann... War... Ja, stimmt. Es gab ja gar nicht das Ziel vernichtet alle feindlichen Einheiten. Für normal musst du immer zur letzten Schlacht überleben. Wenn es heißt, vernichtet alle feindlichen Einheiten in Kombination mit Zeit bis zur letzten Schlacht. Okay. Aber bevor wir mit dem... Ja. Undurchdringlichen Vorweiter machen. Ich habe mir gerade das unbeschwängerliche Vorweiter im Kopf. Ähm. Ja. Bevor wir nach Kinnilwerf gehen, bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns bei Mission 2.